moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen case opening heute wieder dabei wie lolly so wie beim letzten mal schon und wir machen weiter mit den gamma 1 cases so wie letztes mal ich glaube nicht letztes mal lief es ja nicht so gut ich kann mich nicht mehr genauso daran erinnern fand ich nur blaue oder ich glaube ja ich weiß es nicht mehr so genau alter guck dir die zweite kiste an was da alles durch rasselt guck dir die zweite kiste die erste guck dir die zweite an was da durch rasselt ja ich glaube ich glaube die die m4 a1 war die der track ich glaube schon ich glaube ich habe es nicht ganz gesehen aber ich habe ich habe ein gutes gefühl ich habe heute echt ein gutes gefühl ja vor allem weil auch du dabei bist ich habe mir richtig gutes gefühl heute ja die case die case ist es ja die ist es einfach also ich habe heute echten nein das ist schlecht wenn ich lila kriegt das ist ganz schlecht aber der revolver sieht einfach nur so hässlich ja es ist ja so gut wie keiner mehr das ist ja gratis ich mache es meistens so just for fun ja oder wenn irgendetwas oft bei so einer challenge oder so ja die habe ich doch schon fünf milliarden mal so die da vorletzte case für heute ja und wieder blau also dass diese woche war es mal wieder nichts ja ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen ja und ich würde mich freuen wenn ihr auch nächste woche wieder einschaltet und wir sagen tschüss bis zum nächsten mal